Hallo zusammen, heute geht es um die 5 besten Airbikes. Airbikes sind Fitnessgeräte, durch die man seinen ganzen Körper mit Hilfe von Luftwiderstand trainieren kann. Dafür bewegt man mit seinen Beinen und Armen das große Luftrad, welches bei Airbikes dabei ist und hat so ein sehr anstrengendes, aber effektives Training. Welche 5 Modelle unserer Meinung nach die aktuell besten auf dem Markt sind, mit welchen Besonderheiten sie kommen und welches Modell das für euch richtige ist, darum geht es in diesem Video. Wir stellen euch zunächst zwei etwas günstigere Alternativen vor, bevor wir dann die drei unserer Meinung nach besten und auch hochwertigsten Airbikes präsentieren. Hier sollte also für jeden das richtige Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle weiteren Infos zu den Airbikes gibt es unten in der Videobeschreibung. Zuerst wollen wir euch das Airbike von Sport Plus vorstellen, das Modell SPFB1000. Dieses Airbike ist das günstigste im Vergleich und wirklich auf keinen Fall mit den Premium-Modellen zu vergleichen. Es hat ein relativ kleines Luftwiderstandsrad, welches ein Training vor allem für Einsteiger ermöglicht. Das Modell an sich wiegt 25 Kilogramm und kann eine Belastbarkeit bis 100 Kilogramm aushalten. Satte Höhe sowie die Pedalen kann man hier auch individuell verstellen, sodass man das Modell noch besser auf den eigenen Körper anpassen kann. Alle wichtigen Trainingsdaten werden einem hier auf dem kleinen Monitor angezeigt. Hier sieht man leider nicht alles auf einmal, sondern muss immer auswählen, ob man gerade die Zeit, die Geschwindigkeit, die Distanz, die Kalorien oder den Odometer sehen möchte. Den Trainingswiderstand kann man hier in verschiedenen Stufen über das Drehrad einstellen. Dieser wird ein Riemenbremssystem in Kombination mit dem Luftwiderstand des Windrades erzeugt. Wie gesagt, ein Modell, welches vor allem für Einsteiger geeignet ist. Dafür ist es aber auch das mit großem Abstand günstigste Modell im Vergleich. Mehr Infos zum Sport Plus Airbike gibt es über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aus der nächsthöheren Preisklasse, noch deutlich unter 1000 Euro, ist das nächste Airbike erhältlich, das Xterra 750. Dieses erinnert schon von den Abmessungen eher an die professionelleren Modelle. Professionell ist auch alles weitere am Modell, beispielsweise die hohe Stabilität des Geräts, welche bis zu 160 Kilogramm Nutzergewicht aushalten soll. Die neuen Stahlventilatorflügel sind ziemlich groß und sorgen für ein sehr forderndes Training. Alle wichtigen Daten kann man hier auf dem großen Xterra Bildschirm ablesen. Hier gibt es sehr viele Daten und Messwerte zum aktuellen Training, wie Wiederholungen per Minute, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Watt und die Intervalle, sowie auch die Herzfrequenz, die über Handpulssensoren gemessen werden können. Auch besitzt das Modell verschiedene vorinstallierte Trainingsprogramme, mit denen man sein Workout noch effizienter gestalten kann. Weitere Zusatzfunktionen sind die gute Verstellbarkeit des Sattels, sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe, die Griffe mit mehreren ergonomischen Griffmöglichkeiten, sowie auch die Transportrollen, durch die das Modell einfach im Raum bewegt werden kann. Alle weiteren Infos gibt es unten in der Videobeschreibung. Nun kommen wir aber zu den letzten drei Modellen und wie wir schon angesprochen haben, den für uns auch besten Airbikes. Diese liegen alle jenseits der 1000 Euro Grenze. Dies ist bei professionellen Airbikes aber ganz normal. Das günstigste von diesen drei Modellen ist aber noch das Assault Airbike. Ein klassisches Airbike mit großem Luftwiderstandsrad, guter Verstellung der Sitzhöhe und Sitztiefe, sowie einem soliden Trainingscomputer, der einem alle wichtigen Werte anzeigt. Insgesamt ist dieses Modell sehr, sehr robust verarbeitet. Es besteht aus Stahl und kommt mit einer pulverschichtigen Lackierung. Dadurch ist das Modell äußerst strapazierfähig und wie gesagt sehr, sehr langlebig. Der Tretwiderstand wird hier allein durch den Luftwiderstand geregelt. Bedeutet, je stärker man hier in den Pedalen tritt, desto höher der Widerstand. Das ist das Grundprinzip von Airbikes. Auch funktioniert hier natürlich das Dual Action System, bei dem gleichzeitig Tret-, Zug- und Schiebebewegungen ausgeführt werden. Das garantiert ein hochintensives Training mit natürlichen Bewegungsabläufen. Sehr gut gefällt uns hier wie gesagt auch das LCD-Display. Dieses ist hochauflösend und bietet uns alle wichtigen Messwerte und lässt uns auch die acht voreingestellten Trainingsprogramme auswählen. Hier kann man sein Workout also auch individuell gestalten, egal ob man länger und gleichmäßig arbeiten möchte oder doch in kürzeren, intensiveren Intervallen. Das Assault Airbike enttäuscht auf keiner Ebene und ist unsere erste Empfehlung, wenn uns Leute nach einem hochwertigen Airbike fragen. Mehr Infos zum Modell von Assault über den dritten Link in der Videobeschreibung. Zwei weitere Modelle möchten wir euch aber noch vorstellen, welche vor allem durch Zusatzfunktionen überzeugen. Zum Beispiel das Airbike Pro von AS Viva. Dieses hochwertige Modell mit einem Eigengewicht von 78 Kilo und einer maximalen Gewichtbelastung von 150 Kilogramm kommt noch mit einer Zusatzausstattung, nämlich einem Puls-Brustgurt, welcher die aktuellen Herzfrequenzen beim Training auf den Trainingsbildschirm überträgt. Man hat hier also beim Training jederzeit seine Vitalwerte im Blick. Zudem überzeugt das Modell wie gesagt durch seine insgesamt sehr hochwertige und stabile Verarbeitung sowie seine verschiedenen Ergonomie-Funktionen. Mit dabei sind zwei große Handgriffe mit multifunktionalen Griffmöglichkeiten, wodurch man das Workout hier noch individueller gestalten kann. Auch dabei die Verstellbarkeit des Sattels nach oben und unten und nach vorne und hinten, sowie der hochwertige, sehr gut gepolsterte Sattel an sich. Zudem dabei ist hier der Trainingscomputer, auf dem wie gesagt alle wichtigen Werte angezeigt werden, unter anderem die live vom mitgelieferten Pulsgurt gemessenen Herzfrequenzen. Außerdem kann man hier zwischen sieben verschiedenen Trainingsprogrammen auswählen, die einem entweder ein stetiges, langes Training oder beispielsweise auch viele Intervallprogramme bietet. Hier sind es also vor allem der Pulsgurt, sowie die verschiedenen Griffe, die das AS Viva-Modell vom Assault Airbike unterscheiden. Mehr Infos zu diesem Modell über den vierten Link in der Videobeschreibung. Wie versprochen stellen wir euch aber natürlich noch ein fünftes und letztes vor. Es handelt sich hier um das hochpreisigste Modell im Vergleich, das Schwinn Airdün D8 Airbike. Dieses Profi-Modell verdient sich seinen Platz der hochwertigsten Profi-Airbikes aber auf jeden Fall. Das Modell kommt mit einer sehr, sehr stabilen Konstruktion aus vorwiegend Stahlelementen und einem extra großen Windrad für die Möglichkeit eines besonders intensiven Trainings. Durch seine hohe Stabilität kann er ein Benutzergewicht von bis zu 160 Kilogramm aushalten und ist durch seine ebenfalls noch pulverbeschichtete Stahlkonstruktion auch sehr, sehr langlebig. Auch wichtige Ergonomiefunktionen sind hier mit dabei, die horizontale und vertikale Sattelverstellung sowie die multifunktionalen Griffe mit mehreren möglichen Positionen. Zudem besitzt das Modell einen praktischen Handy und Getränkehalter unter dem LCD-Display sowie verstellbare Füße zum Höhenausgleich und Transportrollen, um das Gerät einfach im Raum transportieren zu können. Besonders überzeugt das Modell aber nicht nur durch sein Material und seine Ausstattung, sondern vor allem auch durch seine Technik. Wir haben hier eine große LCD-Konsole mit der Anzeige von unzähligen Messwerten auf verschiedene Bildschirme bzw. Messskalen. Neben der Wattzahl, der Trainingszeit sowie zurückgelegten Distanz, den verbrannten Kalorien und dem aktuellen Tempo wird einem hier auch die Herzfrequenz angezeigt. Dies würde über einen Brustgurt geschehen, wenn man hier einen hat. Dieser ist im Lieferumfang leider nicht gleich enthalten. Zudem sind hier neun ganze individuelle Trainingsprogramme auswählbar, der Spitzenwert in diesem Vergleich. Insgesamt also ein sehr starkes Modell, welches sich bei einigen Daten die Bestwerte holen kann. Vor allem auch beim Preis, also wenn ihr nicht ganz so viel ausgeben wollt, dann schaut mal eventuell bei den anderen vier Modellen noch genauer vorbei, denn wie wir vorgestellt haben, muss es nicht unbedingt das teuerste Modell sein, um ein sehr gutes Airbike zu bekommen. Wenn ihr das Geld habt, würden wir allerdings dann doch schon zu den drei zuletzt vorgestellten Modellen raten, da sie in Sachen Verarbeitung, Stabilität und Programmen sowie dem wichtigsten Wert, den Luftwiderstand, einfach die besten Werte liefern. Mehr Infos zu allen Airbikes gibt es über die Links in der Videobeschreibung. Macht euch selbst noch ein Bild und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen.